Leute, wenn ich jemals eine Wildnis... Wildnis... Meine Fresse. Wenn ich jemals eine Wildnisdusche baue, kann ich ohne weiteres ein Brokkoli als Duschkopf nehmen. Schaut euch mal diesen Effekt an. Was? Ist das der Hammer? Es kommt eins zu eins wie aus der Dusche raus. Er ließ sich nämlich schon immer etwas schwerer abwaschen. Aber dieser Effekt ist ja doch mega. Wie bei einem Duschstrahl. Was sagt ihr dazu? Brokkoli als Duschkopf. Were... était hoge deux mit O salah.